Küchen und Willkommen zu einer neuen Folge Skyrim. Diese Tür sollte sich mit dem Kontrollwürfel öffnen lassen, den ich euch gab. Genau, genau. Da waren wir. Gut, habe ich nämlich schon wieder vergessen, was wir zuletzt gemacht haben. So, erst durch. Den lassen wir jetzt da verrecken, wir nehmen den Würfel weg. Nein, natürlich nicht. So, und jetzt müssen wir weitere Würfel suchen, oder wieder was? Ach, da ist schon was. Oder wie? Ja, guck mal. Bisschen Money. Bisschen Anderen, Mist. Bestimmt nicht. Na, das denke ich auch. Ja, das war gut. Was ist das? Wow. Der haut aber gut rein, der junge Mann. Und das hier ist schon wieder, naja. So, oh. Haben wir das auch mal? Ach so, heilen. Okay, wie komme ich da rüber? Ähm. 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 die kommen gleich noch die mini so der haut gut rein hier der oba ein weg zu dem würfel ich gehe mal durch diese pforte einfach weil das ding davor stand aber hier geht es nicht weiter hier ist ein bisschen als eingekracht oder so denke ich die viecher machen mich nervös hier ist auch nichts vor allem sind zu viele die werden noch nicht alle auf uns losgehen noch möglich ist ja alles so was ist das hier interessant danke ein zwergenschild und ein hammer ist ja hammer was du da alles gefunden hast hi oh hier hat noch nicht viel aus haben wir was dabei zehn stein naja 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 zu wissen nach da also gehen wir vermutlich dadurch eine tür oder auch nicht da gibt es keine tür ok ja ja ich verarschen alter ob ich da noch springen hier das ist nicht der ding das habe ich denn da gerade aufgenommen was war das dann mach einfach nur schrott sagen wir doch wie es ist hm also wie lang geht es nicht ja das muss vielleicht da so rumlaufen ne komme ich nicht warum zeigte mir die jünger da jetzt an die haben wir doch möchte ich ja wegnehmen ist halt nicht gut aha aha guck mal mal hier rein okay so ja schön danke dass man jetzt hier reingeht schub mich da ja nicht runter aber da ist ja auch nix hm ich gehe da jetzt rein und hier gibt es nix aber man kommt auch wieder raus okay aber was nun ich weiß ich weiß ich weiß ich weiß ich weiß vielleicht einen wieder rausnehmen oder beide mal schauen da kamen wir her ne hm da müssen wir hin so da füllt sich das wasser wieder aber dann komme ich da trotzdem nicht hin hm hm kann ich mal versuchen ne natürlich nicht ähm per telekinese geht da auch nix oder mal gucken wo war denn das ne nein per telekinese geht da auch nix okay wir nehmen mal wieder den feuerball aber die blauen kann ich nicht auf die roten dinger da packen ne die blauen steinchen dann würde ich hier nämlich nur einen so dann würde ich da irgendwo einen drauf packen oder sag mir ich soll den mitnehmen hm hm okay ah okay okay aber das bringt mir dann im endeffekt auch nix oder ah aha okay und jetzt soll ich den da wieder mitnehmen guten tag ich habe nichts gemacht so dieses rätsel haben wir hier gibt es nichts zu mitnehmen okay hier unten ist nichts in der kommode schrott oder da wird nicht aufgepasst genau ne da ich habe das ist das ist das ist So, und jetzt? Und jetzt? Muss ich da irgendwo hin? Nein, sagt er mir. Hier hin, da. Okay. Wo komme ich da auf? Komme ich nicht. Muss ich denn da runterkommen? Wo ist ich ja... Hä? Oh. Ja, das war ja nicht so schlau. Okay, was wäre dahinter? Okay. Aber ich muss die Dampfzufuhr wieder herstellen. Wo mache ich das denn? Beziehungsweise, wie komme ich da hin, wo ich das mache? Irgendwo da hinten. Hm. Aber geht ja nicht. Mal gucken, der schwimmt sich da schön ein. Hm. Mal gucken. Mal sehen, wo das hier hinführt. Ja, mal sehen. Hä? Aber kamen wir hier nicht her? Irgendwann mal. Oder auch nicht. Oder auch nicht. Wo sind da was? Oh Gott. Was sind das denn für dumme Viecher? Ist ja schlimm. Lass mal hingehen da. Ist ja auch noch was für Spaß. Ja. Ja, Papa. Mach das hier. Bum. Ja, klar. Erledigt. So nun. Äh. Äh. Was mache ich hiermit? Ah, gut. Okay. Das ist merkwürdig. Erstmal da hin. Das war klar. Na komm. Digga. Da ist eine Chance oder was? Na, auch. Box mit mir. Ich bin mal treffen oder? Ja, komm mir erst mal raus, Junge. Hä? Mach da. Ich muss mal aufpassen, dass die Damen sich nicht gegenseitig anschießen. Denn dann biefen die sich wieder. Ja. Nun haben wir insgesamt vier Würfel gefunden. Vorausgesetzt, ihr habt nicht noch zwischenspeichern verloren. Nicht, dass ich wüsste. Oh, da habe ich einen verloren, ne? Ne? Ich denke nicht. Wir werden sehen. Wir gehen in die große Halle. Und machen nur einen großen Haufen. Ne, keine Ahnung. Witzig, gell? Äh. Wir müssen jetzt was machen? Hier. Abpumpen. Abpumpen. Oh. Hehe. Come on. Was ist denn los mit euch? Oh, Entschuldigung. Mehr habt ihr nicht drauf? Hehe. Also, wir müssen da. Hinein. Nehme ich an. Oder? So, bin ich nicht wieder. Machst du was. So. Oden Seenstein nehmen wir mal mit. Die Ladung, ey. So, die Ladung. Die Ladung ist mal wieder problematisch. Aber wir haben ja. So, da kommen wir natürlich nicht rein. Achso. Da war ja was. Aber theoretisch. Misste ich doch. Brauche ich doch die... blauen Dinger, oder nicht? Ich komme mir nicht klar gerade. Hm. Lehrling. Ich wette, ich muss die ganzen Scheißdinger nachher wieder einsammeln hier. Ich habe keine Ahnung, was das hier gerade alles macht. ...lässt sich wohl die Pumpe aktivieren. Aber wie nur herankommen... ...wir müssen diese drei Brücken herablassen, um zur Pumpensteuerung zu gelangen. Ja. Das habe ich gerade... ...äh... ...natürlich schon voll bewusst erledigt. Aber wie komme ich da rüber? Woher seid ihr da? Na klar. Du, kleines Misty. Die ist noch nicht runter. Äh... Die Frage ist, welche ist das? Die, okay. Die, okay. Okay, lang. Oh. Ey. Darfst mich nicht treffen. So. Ein Idiot weniger. Wo war ich jetzt da hinten? Ach, guck mal. Da drüben wird auch noch gekämpft. Oh, Mann. Na, ich gehe schon mal weiter, ne? Leute. Da haben wir nicht ewig Zeit. So. Aber an den muss ich hier nicht, oder was? Ich verstehe es nicht so ganz. Ich verstehe es nicht so ganz. Was ich machen muss. Was ist das? Passt jetzt nichts mehr an. Schnell. Okay. Nichts mehr anfassen. Hat er gesagt. Also hier muss was sein. Da muss was sein. Was ist denn der Kerl? Ich muss bei dem bleiben, denke ich mal. Und der zeigt mir, wo es lang geht. Hoffe ich. Ja, hopp, hopp. Mein Freund. Möchte Beine machen, oder wat? Kann ja auch, ne? Muss mal bei Gelegenheit testen, was das macht, wenn ich es aufs Beidehände lege. Den Feuerball. Doppelt gewirkt. Ich habe eine Idee. Ja. Ich dachte hier und hole diesen Würfel, sobald ihr den letzten gefunden habt. Der jetzt noch fehlt. Viel Glück. Okay, wo finde ich den? Da. Also muss ich da lang? Okay, okay, okay. Da unten durch, oder wat? Hey. Ich denke ja. Und zwar in der nächsten Folge von Skyrim. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, dann nicht. Und ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage Tschüss. Bis zum nächsten Mal.